Hi Leute und herzlich willkommen zurück beim Monster Hunter Ultimate. Jihah! Und irgendwie bin ich verwirrt. Das zeigt mir ein grünes Kreuzchen, äh, Haken an, aber ich kann noch nicht mehr Quests machen. Deswegen, die einzige Quest, die es noch gibt, ist königlicher Schmerz. Fange einen Königsloot raus, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Deswegen machen wir die mal noch. Hm. Falls jemand von euch weiß, wie man an die nächsten Missionen kommt. Oder vielleicht, äh, ist das ja auch genau richtig, was ich gerade tue. Dann passt's. Tum, tum, tum. Muss man immer alle Missionen machen, um zur nächsten Stufe zu kommen. Das ist ja heftig. Tup. Na gut, macht irgendwie auch Sinn, aber ist trotzdem irgendwie heftig. Ihr wisst, was ich meine. Simple Schockfalle. Yay, Beruhigungsbombe. Yay. Ähm, stimmt, unter Wasser. Oh nein. Äh, naja, ich würde sagen. Tup, 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 tup. Machen wir erstmal das hier. sehr einfach hinzubekommen einfach nach der musik warten bis es sich wieder färbt 1 machen wir noch das sollte reichen das ist kein duramen boros ist nur ein königs du drauf also groß ist eigentlich sollte man meinen habe ich erst eine generation ja okay und los geht's da müsste irgendwo im wassergebiet sein weil ich hoffe ich kriege gefangen auch cool ja das war wieder ein gener schieben nein ablegen hätte beinahe einen krank ich würde eigentlich noch harz rausbekommen oder meine meter voll ist lassen wir das halt das ist aber schlecht dass man den meter voll ist ehrlich gesagt so viel zeug dabei ist ja schlecht ich will das direkt werfen hier alte spitzhacke ablegen ein netz kann ich noch gebrauchen was soll's wir kümmern uns drum wenn es soweit ist wo ist der königs so drauf ich muss euren könig sprechen please cooperate with me oder nicht dann halt nicht einfach durch was soll's irgendwo dahinten müsste sein da bräuchte ein psychos herum für das ist ja schon hi na was geht kann er mich vergiften ich weiß es gar nicht mehr beim hörschutz ach das war der 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 so komisch sich rollen kann genau meine kommen wir gestartet hi okay wenn er sich so schüttelt dann rollt er sich boah stimmt so ziemlich genau aber da dürfte uns keine großen probleme machen eigentlich naja ja ja ich sehe es doch aber ich kann nicht ausweichen boah das geht so schnell vor allem wenn es mit einer attack animation ist keine chance gesundheitserholung plus und hörschutz ja 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 nein 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 das problem ist wirklich dass er ihr ja nicht mehr wunder welche eine attack d14 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 und machen mit fein element der match aber ich habe die attack von watt wird unterbrochen Okay Sehr mysteriös Ich find's auch schön, wie die Anfangsmonster immer noch nicht Mega leicht sind Und bei dem hier kriegt man halt vor allem Keine komplette Kombo hin Ey, was soll das? Hä? Was war das? Eine kleine Fontäne? Ah Willy Okay Nein, du bist mich nicht Das war knapp ausgewichen Aber das geht noch Yay, ich hab ein bisschen Damage gemacht Oh man Wenn ich mich noch dran erinnere Den haben wir zum letzten Mal vor 20 Episoden Oder so gemacht Ich bin der Gehalt Damit Ich war geheilt Ich war gesund So rum Äh Der geht gerade total ab Okay, nice Bam, 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 bam Yay, geschafft Nein, 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 nein Lass mich erst mal kurz in Ruhe Ich muss kurz hier 2, 3, 4 Yay Sehr nice Maximale Schärfe erreicht Und immer schön die Waffe einstecken Nein Was tust du jetzt? Jetzt machst du wieder diese komische Attacke Bam, 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 bam ordering Na gut, wir brauchen ja eigentlich keinen Fahrball für den Typ. Na, wirklich nicht. Der ist nicht so schwer zu durchschauen, möchte ich mal sagen. Ich benutze nochmal einen Mini-Wettstein. Einfach nur, damit wir gleich wieder Voll haben. Ihr wisst schon. Sup. Nein, Felwin. Lasst mich in Ruhe. Ja, cha-cha. Geh ihm hinterher. Mach ihn platt. Ich weiß, du bist mein größter Kämpfer. Naja, Kampa ist, glaube ich, genauso gut. Das ist gar nicht, wer besser ist. Das kommt wahrscheinlich drauf an, wer ihn mal ausrüstet. Warte. Achso, der hat sich gar nicht gerollt. Ich habe ihn umgeworfen. Yay. Stufe 2 erreicht. Gear Second. Nice. Bam, 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 bam. Wow. Das ist ehrlich gesagt sehr hart. Würde man gar nicht denken. Gear Third. Schon. Nice. Wow. Was? Der schlägt mit der Hand zu? Was ist denn, wann kann er das denn? Huff. Nein. Sehr nice. Okay. Pass mich in Ruhe, du Ludroth. Ja, genau, das bist du ja eigentlich auch. Schip, 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 schip. Nice. Maximale Schärfe erreicht. Du springst. Spring ruhig. Das hilft dir auch nicht. Oh. Ich wollte eigentlich nicht zurück. Nein. Ja, tu ruhig deinen Kumpanen hier. Bam, bam, bam. Nice. Sehr nice sogar. Come on. Das müssen wir noch schneller besiegen. Okay, der haut wieder ab. Wahrscheinlich ins Wasser jetzt. Jetzt wird der Kampf etwas interessanter. Interessanter meine ich nerviger. Naja. Bett Stein. Bam. Das ist ja mal noch im selben Gebiet, glaube ich. An sich. Und so. Oh, Mann. Ich weiß noch nicht richtig, wie man unter Wasser Monster fängt, ehrlich gesagt. Wo ist denn das Monster überhaupt? Er ist noch in diesem Gebiet, oder? Ne, jetzt nicht mehr. Okay. Gut, dass es diese Musik gibt. Weiß man immer, wo das Monster ist. Yay. Das ist zwar nicht unbedingt Absicht, glaube ich. Äh. Okay, ich kann gerade kein gebratenes Steak essen, wieso auch immer. Keine Ahnung. Geht das unter Wasser nicht? Oh je. Oh je. Okay. Das machen wir schon. Go, go, go. Oh, Mann. Ja, ja, ja. Du bist ziemlich weit weg vom Eingang. Weißt du das? Ähm. Ich weiß noch nicht, was die Unterwasser-Humpel-Animation ist. Äh. Bist du? Hä? Wieso laufst du weg? Hi. Hast du mich in Ruhe? Da. Das sieht ehrlich gesagt schon ordentlich angeschlagen aus. Hm. Bist du angeschlagen? Könntest du mir das mal sagen? Ich wünsche es gäbe, äh. Ah. Unter Wasser mit der Waffe zu kämpfen ist. Das ist eine Humpel-Animation, oder? Ich habe ihm gleich so viel Schaden gemacht, dass er, äh, in die nächste Stufe übergegangen ist. Das heißt, ich kann ihn jetzt schon fangen, äh, eventuell. Okay. Okay, sehr schön. Das ist doch praktisch. Und das möchte ich auch ehrlich gesagt gleich mal tun. Bam. Und gleich mal, äh, Beruhigungsbomben auspacken. Bist du denn? Luthorst? Kommst du? Yay. Jetzt hier hin, bitte. Komm her. Oh, ich habe nur drei Beruhigungsbomben. Das ist aber schlecht. Hä? Ach, ich habe die nicht aus der... Oh, nee. Ähm. Yay. Ach, gut, dass es geklappt hat. Gut, dass es geklappt hat. Ich war mir nämlich gerade ziemlich sicher, dass er, ähm, dass er fangbar ist. Also, schwach genug, aber ziemlich sicher. Und dass es dann tatsächlich stimmt, ist halt nochmal ein kleiner Unterschied. Klein, aber fein, aber nice. Äh, jetzt schon Objekt, äh, Quest erfüllt. What the fuck? Jetzt war keine Minute. Hä? Okay. Na gut. Den haben wir jetzt aber schnell besiegt. Dam, dam. Königslut drauf. Ja, bla, 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 bla. Sprint-Extrakt. Yay. Das ist nice. Das, äh, hilft uns gegen stärkere Monster ziemlich heftig gut. Um es mal so auszudrücken. Dam. Okay. Kann man jetzt die nächste Quest annehmen? Äh, bla, bla, bla. Kriegst du das Vieh nicht tot? Dann wird einfach die... Ja, ja, bla, bla. Ähm. Tja, keine Quests mehr. Hä? I'm confused. Ich hab alle Quests gemacht. Äh, niemand hier möchte mit mir reden. Muss ich noch das eine Ding machen? Ähm. Äh, was war das? Antik Maske? Genau. Wahrscheinlich. Okay. Woher krieg ich Hai-Haut? Hm. Ähm. Energy-Drink. Ja, bla, bla, bla. Äh. Ist irgendwas, was ich weglegen kann? Spinnnetze. Farbball. Und ich nehme jetzt gleich mal noch... Dup, 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 dup. Berührungsbomben mit. Nein, das sind Farbbälle. Äh, Berührungsbomben. Hallo? Okay. Egal, ich sehe es jetzt gerade nicht. Naja. Hier hole ich mich später. Ähm. Boah. Ich meine, mehr gibt es halt nicht zu tun. Jetzt, deswegen möchte ich die Episode auch nicht, äh, unnötig in die Länge strecken. Wegen einer Minute. Ja. Ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, liken. Falls es euch sehr gefallen hat, abonnieren. Und ansonsten wünsche ich mir viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays. Und ich werde bis zur nächsten Episode schauen, wo ich die Hai-Fisch-Haut und so herbekomme. Damit wir diese Antikmaske bekommen. Damit wir endlich den nächsten Boss besiegen können. Joa. Epigener. Ich würde sagen, das war's.